Ich habe ja schon viel gesehen, aber das hier schlägt und tommt wirklich alles. Das größte Stadion im europäischen Fußball. Die ultimatierte Erfahrung für jeden Fußball. Und die Fortschritte wird so glücklich und die Fußballer der Fußballer des Fußballer der Fußballers. Das größte Stadion im europäischen Fußballer der Fußballer des Fußballers. Die Fußballer der Fußballer der Fußballer der Fußballer der Fußballer des Fußballers. Amen. Und so sieht es also aus. Und so sieht es aus. Da war er. Jetzt geht es los. Champions League Finale.